So, halli hallo meine lieben Freunde, wir sind immer noch im Gewächshaus von Umbrella. Jetzt schauen wir mal. Da wo es blinkt, oben sind wir. Wir hatten ja die Statue gefunden. Tetris E Block E Block. Ich nenne sie da immer mal so. Tetris Block E Block. Oh, ich habe mich vertan. Block E Punkt Block. Block E Block Block. Ja. Hm. Was haben wir dann jetzt freigeschaltet? Raus und zweimal links. Ich muss doch da mal gleich gucken. Oh nein. Nein, nein, nein. Gib mir die Anzeiger. Die Dinger kannst du nicht kaputt kriegen mit Kugeln. Ah, den haben wir freigeschaltet. Was mache ich denn da? Den hier. Oh, na toll. Ja. 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 Hm. Ah, okay. Jetzt habe ich es begriffen. Natürlich wieder ein Rätsel. Nein, stopp. Ein bisschen zu viel. Nein. Jetzt haben wir zwei halbe. Mhm. Nehmen wir gar nicht sinnfrei. Was mache ich denn da? So, den... Nein. Den tauschen. Das ist zu viel. So, jetzt mal gerade gucken. Tauschen. Wir haben es gleich. Den. Rüber. Das ist zu viel. Falsch. Jetzt brauche ich nur noch diese kleine Pfütze. Hey. Mach doch mit. Na, endlich. Da haben wir unsere Lösung. Sonst haben wir hier alles raus, ne? Ja. Ja. Ja, Ren, du, da lang. Ich gehe hier lang. So. Bitte? Sollen sie jetzt erst eine Woche in den Kühlrang stellen, oder was? Gewächshaus. Wer ist denn nur noch hier? Gut, gehen nochmal zurück ins Labor. Mach es mit er da lang. Ja. Hm. Hm. Hier gibt es aber auch... Das sind nur Messgeräte. Probenentnahme. Also ich kann es dir jetzt nicht irgendwo kühlen. Das ist irgendwie... Lösung erhalten, erhalten. Pflanze 43 zu vernichten. Ja! Um die Karte zu bekommen. Ja, machen wir. Untersuchen. Mal schütteln. Aber wo soll ich denn das kühlen? Was habe ich denn noch hier? Zu warm. Hm. Geh nochmal runter. Ach ja, da waren ja die anderen Collagen. Vielleicht gibt es ja hier unten was zum Kühlen. Mhm. Mhm. Wie? Na ja. Ja. Wie ist das? Ja. Uh. Der ist ja auch wieder da. So. Hm. Da komm ich ja nicht rein. Hm. Server-Womb. Okay. Das Viech ist jetzt echt ein Problem. Genau. Du triffst noch, wenn ich durch die Tür gehe. Das sind ja zwei. Aha. Ah. 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 Du sagst es. Da kommen wir nicht rein. Natürlich kommen die hinterher. Hier ist wieder ein Treppenhaus. Da stehen die mir da natürlich richtig im Wege. Hat er es gerade beide erledigt? Nee, nur ein. Cool. Was mit dir da hätten, Kollege? Das sind so krasse Viecher. Ach, sowas lasse ich hier liegen. Da lasse ich mich gar nicht lumpen. Das pfeife ich mir direkt mal rein, das Kraut. Jetzt habe ich aber alles, ne? Was kann ich hier machen? Jetzt mal gucken. Hier habe ich doch die Einheit. Error. Passt da nicht rein. Ja, cool. Hm. Wo kann ich die denn einsetzen? Vielleicht am Anfang wurde eine Buchstabe fehlt. So, da sind wir schon wieder. Hallo. Nur einmal wieder den Speicher. Spielstand saven. So, tja. Jetzt ist die Frage, dass ... Ich glaube, die Uhr ist kaputt. Der sagt, es ist zu warm. Wie kann ich das denn kühlen? Das Spiel hat dann doch immer was auf der Kette, ne? Immer was willst Neues. Ist ja nicht so, dass man mal die Lösung hat und reinpackt. Und ja, Aufgabe erledigt neu. Ich frage mich gerade, was ich hier vorne... Ah ja, genau. Warum Error? Ach, geil. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So. Cool. Ja, und wenn man es einmal kapiert hatte? Ja, geil. Oh yes. Noch mehr Inventar. La 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 la. Und eine Notiz von Wainless. Haha. Uh, ist das schön. Na, seht ihr mal. Wieder was dazugelernt, ne? Bam, 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 bam. Jetzt haben wir rüber wieder Licht. Hier gab's ja nix. Irgendwo hatte ich ihn noch so. Ach, klar. Da unten. In dem unterm Gewächshaus. Aber hey, jetzt haben wir... Warte mal. Also, die Statue kommt weg. Den Code haben wir ja jetzt benutzt. Also, wieder ein Inventarplatz mehr. Düt, düt. Man könnte es theoretisch wegwerfen, aber ich meine, wäre mal eine Truhe mit unendlichem Fassungsvermögen. Oh, das Diktik-Tigaret kommt da hin. Du da. Du da. So. Was können wir machen? Das haben wir, aber wir haben keinen Pulver. Doch, wir haben Pulver. Kombinieren. Kombinieren. Oh, yes. This is pretty. Oh, jetzt gehen wir noch zu einem anderen Gerät. Stellen da unten den Strom an. Ah, da müsste der Serverraum gehen. Das machen wir jetzt noch. Aber hier müssen wir jetzt nichts machen, ne? Ne. Hier haben wir nur die Steuereinheit mitgenommen. Aber da muss ich sagen, das ist schon wieder echt gut durchdacht, dieses Gerät. Wenn man dann die Frequenzen dann einstellen kann. Und dementsprechend dann sozusagen den Stromkreis überbrückt. So, zum Glück sind diese Kackvieche alle tot. So, hier haben wir den, den Murph. Oh, nein. So, hier haben wir die roommates. Ja. Ah, fast. Oh, fast. Du ein Stück rüber? So. Da, Mann. Und? Cool. Licht an, Zombies raus. Jetzt der Server auch sicherlich. Betretbar. Oh, yes. Oh, johu. Ah, schön. Feuer. Wunderbar. Haben wir den Strom wieder zum Laufen bekommen. Ich glaube, das Gerät brauchen wir dann auch nicht mehr. Gerade mal schauen, ob da ein Häkchen dran ist. Ne, wir brauchen ihn noch. Von daher. Schauen wir mal weiter. Ich glaube, es wird noch richtig krass hier. Ich hoffe, ihr seid bei diesem richtig krassen dabei. In diesem Sinne, bis demnächst.